Die Gegenstimmung, Stimmenterhaltung, damit ist dieser Ergänzungsantrag mir endlich aufgenommen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die gesamte Beschlussvorlage. Hier muss eine Auszählung vorgenommen werden, dass ich noch einen Satz umsonst. Ich bin jetzt gefordert, dass ich noch einen Satz umsonst. Ich hoffe, Sie haben den Bereich vor dem Präsidium zu räumen. Sie hatten Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt gefordert, dass ich noch einen Satz umsonst. Applaus Applaus